Sie sind die Superstars der Magie, begeistern am New Yorker Broadway genauso die Massen wie in Singapur. Doch ihr Zuhause ist Niederösterreich. Tommy Ten und Amelie Fantas haben seit ihrem Durchbruch bei America's God Talent eine Karriere der Superlative hingelegt. Haben aber ihre Bodenständigkeit nicht verloren. Vor allem mit der Tourismus-Schule St. Pölten verbinden die beiden viel, denn Amelie hat hier ihre Ausbildung absolviert. Also ich würde einfach sagen, macht das, was euch glücklich macht. Und auch wenn irgendwer sagt, du überleg dir das nochmal, mach es trotzdem. Solange du ein gutes Gefühl dabei hast, mach es. Und was die Schule betrifft, sauge alles auf wie ein Schwamm. Also alles, was man hier lernt, wird später sicher nicht alles, aber sehr, sehr viel eine große Rolle spielen. Und was ich natürlich besonders interessant finde, es wird auch hier das Entertainment sozusagen mit eingearbeitet. Sei es jetzt an der Bar, sei es als Kellner, Barmagie oder eben auch, wie man sozusagen Cocktails schön präsentiert. Und das ist auch immer ein ganz wichtiger Punkt. Nicht nur der Cocktail, nicht nur das Essen selber, sondern wie man es wirklich präsentiert. Wie man es dem Zuseher oder dem Gast serviert, damit er wirklich ein Erlebnis hat und nicht nur da ist und was isst, sondern wirklich rundherum ein ganzes Erlebnis bekommt. Die beiden Magier, die mittlerweile auch verlobt sind, sind in St. Pölten auch als eine Art Gastprofessoren aktiv. Immer wieder zeigen sie den Schülern, die den Ausbildungszweig Food, Design und Entertainment besuchen, auf was es bei einer Show ankommt. Ich habe hier sehr viel gelernt und vor allem lernt man natürlich Disziplin. Und gleichzeitig aber auch die Weltoffenheit, die Kreativität, dass man offen in die Welt geht, offen für Neues ist, neue Menschen kennenzulernen, neues Essen zu probieren und all das, ja. Tommi, merkt man auch, dass sie eine gute Ausbildung genossen hat. Profitierst du oder ihr jetzt in euren Shows davon? Ja, was ich an Amelie auch schätze ist, dass sie einfach wirklich offen ist, egal wohin wir reisen, egal wohin wir fliegen. Sie geht offen auf die Menschen zu und wir probieren dann auch immer sozusagen die lokale Küche aus. Wir schauen, was es so gibt alles und probieren dann auch immer so ein bisschen was mit nach Hause zu nehmen, um dann vielleicht sogar selbst zur Inspiration zu bekommen. Und unsere Weingläser sind immer poliert zu Hause. Das ist sehr wichtig. Und Besteck. Wer poliert? Ich. Die enge Verbindung mit der Tourismus-Schule St. Pölten ist das Verdienst von Lehrer Michael Hörhahn, der immer wieder an der Ausbildung schraubt, damit sie zeitgemäß bleibt. Ja, brandaktuell. Seit letztem Schuljahr gibt es bei uns den Schwerpunkt Food Design und Entertainment. Und in diesem Fall geht es natürlich speziell um das Entertainment, wo Tommi Ten und Amelie bei uns da eine gute Schulpartnerschaft führen. Wir haben auch für die nächsten Jahre im Plan, sie immer wieder für Seminare und Workshops zu den Schülern einzuladen. Und sie haben sich natürlich auch schon bereit erklärt, das sehr gerne zu machen. Ja, und ich glaube, dass eine zusätzliche Ausbildung in diese Richtung für den Tourismus, sei es jetzt Barmagic oder Flair-Tending, was da auch eine große Rolle spielt, sicher eine neue Bereicherung auf dem Arbeitsmarkt auch für die Schülerinnen und Schüler ist und Spaß macht es ihnen natürlich auch. Also es geht alles in die Richtung Event-Tourismus. Also die Gäste wollen mehr unterhalten werden als früher. Ja, ich glaube, wenn man das vergleicht mit früher, wo es ausschließlich um das Essen gegangen ist, geht es heute um ein Gesamterlebnis. Genauso wie in einer Zaubershow. Ich glaube, Tommi und Amelie haben das schon erklärt. Es ist nicht immer nur eine Kleinigkeit, sondern das gesamte Erlebnis muss stimmen. Und auch im Tourismus geht es, und in der Gastronomie geht es den Kunden heutzutage, wie gesagt, um ein Ganzes, wo auch das Rundherum, die Musik und das Entertainment und die Präsentation eine sehr große Rolle spielt. Der Clairvoyants sind in ihrem Auftritt auch gerade fleißig am Proben. Denn 2020 gehen sie mit ihrem neuen Programm zweifelhaft, zauberhaft auf Tour. Also jetzt sind wir gerade viel in Amerika. Wir haben gerade eine Asientournee fertig gemacht. Nächste Woche geht es wieder in Amerika weiter, also kreuz und quer hin und zurück. Und dann im Herbst sind wir in Deutschland auf Tour. Und dann, 2020, ab Jänner, sind wir auf großer Österreich-Tour mit einer brandneuen Show, zweifach zauberhaft. Premiere sogar hier in St. Pölten im VAZ. Ticket dazu gibt es jetzt schon auf öticket.com.